Servus, ich bin der Julius, ich komme aus München und ich studiere Psychologie in Klagenfurt. Warum ich mich dafür entschieden habe? Weil ich wissen will, warum wir tun, was wir tun, was dafür verantwortlich ist, wie wir uns fühlen, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir uns verhalten. Wenn es dir auch so geht, dann bist du bei uns im Psychologiestudium genau richtig. Psychologie ist eine empirische Wissenschaft. Das heißt, du lernst das Verhalten von Gruppen und Einzelnen zu betrachten. Du beschäftigst dich mit physiologischen und psychologischen Strukturen und lernst diese Ergebnisse auch auszuwenden. Denn nichts ist so interessant wie der Mensch. Ich habe mich für Klagenfurt entschieden, weil ich hier nicht nur Theoretisches, sondern auch Praktisches lerne. Ich sammle erste Erfahrungen im Berufsalltag, zum Beispiel während meines Praktikums. Das Studium in Klagenfurt besticht durch seine Breite, von der klinischen bis zur Sozialpsychologie. Hier sind alle wichtigen Aspekte deines Studiums abgedeckt. In Klagenfurt studieren 12.000 junge Menschen aus aller Welt. Trotzdem ist die Uni überschaubar groß und man kennt sich auch untereinander. Ich war da nicht ewig drauf, in Seminare reinzukommen, sondern komme zügig durch mein Studium. Außerdem kann ich rund um die Uhr in die Bibliothek. Der Campus in Klagenfurt ist wirklich schön. Ich würde sagen, der schönste. Und in nur 900 Schritten komme ich vom Hörsaal direkt zum See. Das gibt es sonst nirgends. Na, interessiert? Die Uni bereite dich gerne. Ruf an oder schreib eine Mail. Oder schick direkt eine Nachricht per WhatsApp, Facebook oder Instagram. Wir sehen uns in Klagenfurt. Wir sehen uns in Klagenfurt.